Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen Füllfederhalter einer chinesischen Marke vorstellen, von der ich bisher noch keinen Füllfederhalter vorgestellt habe. Die einen oder anderen werden das Logo erkennen. Heute geht es um den Twisby Eco in Transparent Purple. Das ist ein Füllfederhalter, den hat mir Andreas geschickt. Vielen Dank Andreas dafür, dass du mir den zur Verfügung gestellt hast, dass ich den heute hier vorstellen darf und wie immer will ich euch natürlich den Füllfederhalter ein bisschen beschreiben. Dann machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Twisby Eco und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich verrate euch was Andreas dafür bezahlt hat und welchen Eindruck ich davon habe und ob ich euch eine Kaufempfehlung ausspreche. So habe ich ihn von Andreas bekommen. In diesem Pappschuber kam er an. Hier seht ihr das Twisby Logo drauf und die ist an den Seiten offen, wie ihr hier sehen könnt. Dann kann man den mal rausschieben. Das ist so eine feste Papphülle. Steht sonst nichts weiter drauf, nur das Logo. Legen wir mal nebenhin. Und dann kommt er hier in so einer Frosted Box und hier hinten könnt ihr schon lesen. Twisby Eco. Extra Fine steht hier hinten drauf. Ich habe aber mir die Feder schon angeschaut und Andreas hat es mir auch mitgeschickt. Es ist eine breite Feder drauf und Piston Filling Fountain Pen, seht ihr schon, ist also ein Kolbenfüllfederhalter. Hier könnt ihr schon mal so die Bestandteile hinten durch die Box durchsehen. Die sind auch hier alle nochmal beschrieben. Ja, hier nochmal das Logo drauf. Diese Boxen gibt es für hochwertige chinesische Füllfederhalter. In der Regel sind die aber nicht gebrandet, aber Twisby hat hier ein eigenes Logo auf der Box mit drauf und hier seht ihr auch nochmal, hier steht es auch nochmal Twisby. Mal gucken, ob man das so sehen kann, wenn ich das so ein bisschen drehe. Ja, das T, weil das Echo gerade drunter steht. Kann man das nur so ein bisschen sehen. Ich kippe es hier nochmal. So, jetzt kann man es sehen. Twisby, jetzt seht ihr es. Also hier eine eigene Box zumindest für Twisby. Ja, Twisby ist eigentlich ein chinesischer OEM-Hersteller, also Original Equipment Manufacturer. Das heißt, der hat nach eigenen Angaben seit mehr als 50 Jahren hat der als Tashin Precision, und das ist eigentlich, so heißt eigentlich die Firma, hat der Füllfederhalter für andere hergestellt und hat dann angefangen für sie selbst zu produzieren. Und deren Markenname eben von Tashin Precision ist Twisby. Das sind also von Tashin hergestellt und unter eigenem Label sozusagen verkauft. Ja, da ist auch relativ wenig zu finden über diese Firma, aber zumindest da kann ich was zu sagen, das, was ich euch eben mitgeteilt habe. Ja, hier ist diese Box, öffnet sich. Dann steht hier drauf User Manual. Kann man hier mal aufklappen. Da sieht man schon, das finde ich sehr schön bei Twisby. Die geben Werkzeug mit, sodass ihr den auch zum Reinigen zerlegen könnt. Und damit könnt ihr natürlich auch viel besser sauber machen, als wenn ihr kein so ein Werkzeug dabei habt. Da kann es nämlich sein, dass ihr dann Schwierigkeiten habt, dann den Kolben rauszubekommen. Ja, hier gibt es nochmal eine Anleitung zum Befüllen des Füllfederhalters. Und hier ist nochmal, wenn man die Feder wechselt, was man da beachten soll, könnt ihr euch hier auch nochmal anschauen. Will ich heute alles nicht machen. Gucken hier nochmal rein. Hier ist nochmal, das finde ich auch sehr gut, weil das müsst ihr normalerweise auch selber dazu kaufen. Silikon Grease, also Silikonfett. Das könnt ihr, oder braucht ihr natürlich, um ab und zu mal wieder die Plastikteile, beziehungsweise die Verschraubungen da entsprechend zu fetten, damit da auch keine Tinte ausläuft. Ja, dann hier, wie gesagt, dieses Werkzeug. Mal gucken, ob man hier das so an diesem Papier rausziehen kann. Dann ist das wunderbar. Ah, ja, genau, das geht. Gucken wir mal. Okay, also, dann haben wir hier das Ganze. Okay, diese Anleitung ist jetzt nur auf den beiden Seiten gewesen. Und hier hinten seht ihr nochmal die einzelnen Bestandteile nochmal auf, upsala, ihr seht gar nichts, so seht ihr das, auf Chinesisch beschrieben und nochmal auf Englisch beschrieben. So, dass ihr nochmal genau wisst, wie diese Teile auch hier, diese Bestandteile des Füllfederhalters dann auch heißen. Okay. Dann legen wir es auch mal nebenhin. Das hier ist so ein weicher Schaumstoff, könnt ihr hier sehen, wenn ich das so ein bisschen zusammendrücke. Hier ist das Werkzeug dabei, damit ihr den Kolbenfüllfederhalter reinigen könnt. Und darüber haben wir schon gesprochen, das ist das Silikonöl. Okay, beziehungsweise dieses Fett. Dann nehmen wir den Füllfederhalter mal raus, legen ihn erstmal nebenhin und bauen mal hier alles wieder zusammen soweit. Damit wir dann, zack, das alles mal nebenhin packen und uns mit dem eigentlichen Füllfederhalter beschäftigen können. So, halt so rum und klappe zu. So sieht er aus, der Füllfederhalter. Also, transparent purple ist der Name und bezieht sich natürlich auf hier die Kappe des Füllfederhalters und hier am Schaft auf das Ende, auf den Mechanismus zum Bewegen des Kolbens. Also, das ist alles in purple gehalten, also in lila gehalten. Und ja, vor dem Hintergrund, ihr seht, ich habe ihn schon befüllt mit Tinte. Da habe ich mich für Diamine Imperial Purple entschieden. Ich finde, passt so, wenn ihr das so seht, passt es ganz gut zu diesem Füllfederhalter. Also, sieht sehr, sehr schön aus. Okay, na dann würde ich vorschlagen, beschäftigen wir uns mal mit den einzelnen Bestandteilen. Und da schauen wir als erstes mal, wie lange wir brauchen, um die Kappe abzuschrauben. Oh, schaut mal her, die dreht sich sogar alleine so ein bisschen. Jetzt haben wir eine Umdrehung. Ja, etwas mehr als eine Umdrehung. Also, auch für den, der schnell mal eine Notiz machen will, hervorragend geeignet. Fangen wir mal mit der Kappe an. Hier seht ihr, wenn wir noch mal ein bisschen näher holen. Moment. So. Zack. Hier seht ihr Twisby. Also, das ist ja die Firma sozusagen. Oder das Label, unter dem diese Füllfederhalter hergestellt werden. Weil ich hatte euch ja gesagt, die Firma heißt Tashin Precision. Und das scheint mir geätzt zu sein. Auch wenn man hier so drüber fährt, sieht aus wie geätzt. Wenn wir das hier so mal drehen, dann sehen wir hier Echo, das Modell und hergestellt in China. Also sieht man auch selten, dass auf dem Füllfederhalter selber China steht. Aber hier ist man überzeugt von der Qualität und muss man sagen, ist auch ein sehr beliebter Füllfederhalter. Andreas hat mir mitgeteilt, er hat dafür 37,50 Euro gezahlt. Ihr merkt auch an dem Preis schon, das sind schon höherwertigere chinesische Füllfederhalter. Also insofern, man ist schon stolz drauf und deswegen schreibt man es hier hinten auch drauf, wo es herkommt. Finde ich auch sehr gut. Okay, dann schauen wir uns die Kappe selber mal an. Das ist Acryl, so wie der ganze Füllfederhalter aus Acryl besteht. Ist eben hier dieses Lila, finde ich sieht sehr schön aus. Ihr könnt auch hier drin sehen, diese Innenkappe. Also alles, ich sag mal, gut und aufwendig gefertigt. Das fasst sich auch alles sehr gut an. Kann man nicht meckern. Hier hinten am Kappenkopf habt ihr nochmal das Logo von Twisby drauf. Auch da nichts scharf, nichts gratig, sonst alles perfekt. So, dann schauen wir uns den Clip nochmal an. Ja, Clip ist fest, aber funktional. Kann man auch nicht irgendwie sagen, Mensch, das ist irgendwie chinesische Billigware. Nein, überhaupt nicht. Wirkt hochwertig, ist nicht federnd gelagert. Okay, aber absolut funktional. Ja, mir gefällt das, dass es so ein bisschen transparent ist. Das sieht sehr cool aus, wenn ihr das auch hier so ein bisschen dreht und dann auf der anderen Seite den Clip seht. Sieht schon cool aus, finde ich. Okay, so viel zur Kappe. Legen wir die mal nebenhin. Und dann schauen wir uns mal den Füllfederhalter, den Kolbenfüllfederhalter an sich an. Ja, Griffstück auch in transparent gehalten. Hier unten so ein bisschen abgeflacht. Hält sich sehr angenehm, wenn ich den hier so in der Hand halte, muss ich sagen. Ist ein relativ schmales Griffstück, aber nicht unangenehm. Zur Verschraubung her, Kunststoffgewinde zu Kunststoffgewinde, passt auch sehr gut. Ja, dann schauen wir uns mal die Feder an, wie die beschriftet ist. So, nehmen wir die mal an. Da seht ihr schon oben das Twisby-Logo, dann Twisby und B für eine breite Federn. Finde ich sehr schön, dass hier breite Federn möglich sind. Ja, der Tintenleiter, denke ich, etwas außergewöhnlich mit dieser Vertiefung hier in der Mitte, aber auch mit den entsprechenden Lamellen. Auch sehr funktional, sage ich mal, weil ihr werdet dann sehen, der Tintenfluss ist hervorragend. Und ja, dann haben wir hier diesen transparenten Körper. Hier seht ihr natürlich auch dann, wie alle Teile hier zusammenpassen. Das ist natürlich bei so einem Füllfederhalter, das habt ihr oft bei Eyedroppern auch. Da ist es halt sehr schön, wenn ihr dann die Tinte hier drin sehen könnt und das dann auch so farblich schön zusammenpasst. Ja, hier der Kolben wird hier oben an diesem Rädchen, das dann auch wieder in dem lila Acryl gehalten ist, gedreht. Hier seht ihr überall Silikonringe, damit nichts ausläuft. Also wirkt alles sehr wertig, sehr angenehm anzufassen. Hochwertige Verarbeitung gefällt mir sehr gut. Die werden natürlich jetzt den Kolben hier nicht bewegen, sonst haben wir hier eine riesen Sauerei auf dem Tisch. Und das wollen wir erstmal vermeiden. Okay, ja, soviel zum Füllfederhalter. Mal gucken, ob hier noch was drauf ist. Nö, also hier am Schaftende ist nur so ein Abschlussstück. Nichts Bewegendes, nichts Weltbewegendes. Okay, dann setzen wir ihn kurz wieder zusammen. Oder nein, wir können eigentlich gleich Maße und Gewicht machen. Wenn ich ihn so hier ohne Kappe in der Hand halte, da seht ihr, der passt recht gut in meine große Hand. Da wirkt er auch sehr angenehm. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und da misst er 13,2 Zentimeter. Was nicht funktioniert, kann ich euch gleich mal zeigen, ist Kappe aufstecken. Da hält er nicht. Ihr seht es hier. Da haben wir keine Chance. Also Kappe aufstecken geht nicht. Insofern haben wir da auch kein Maß dafür. Aber hier im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier vor euch hin halte, da misst er 14 Zentimeter. Und befüllt mit Tinte, so wie ich ihn jetzt hier mit der Diamine Imperial Purple befüllt habe, wiegt er 23,2 Gramm. Also für einen Acryl-Füllfederhalter ein ganz normales Gewicht. Soviel dazu. Dann werden wir hier wieder ein wenig fokussieren. Und dann machen wir als nächstes den Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Twisby. Oh, natürlich so. Twisby. Nochmal. Twisby, so schreibt er sich. Echo. In transparent purple. Das ist eine B-Feder, wie ihr seht. Ordentlich hat hinten Fluss. Könnt ihr auch sehen. Papier ist wie immer Claire Fontaine. DCP 160 Gramm. Ja, ich glaube, ihr habt schon ein bisschen gehört. Das klingt sehr, sehr angenehm. Aber ihr könnt jetzt nochmal beim Schreibtest richtig zuhören und da rede ich auch nicht dazwischen. Ja, muss ich sagen, wirklich ganz, ganz fantastisch. Kommt hier ein bisschen schwarz raus, die Tinte. Die ist aber wirklich so ein dunkles Lila. Super Tintenfluss. Absolut klasse, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schreibt sich ganz fantastisch. Die Feder ist butterweich. Kann man nicht meckern. Twisby. Klasse Füllfederhalter gebaut. Dann haben wir den Moment offen gelassen und versuchen mal schnelles Schreiben. Sofort da. Ihr seht, Tintenfluss kommt jederzeit mit. Das glänzt jetzt hier alles noch. Mal gucken, was ich hier so ein bisschen sehen kann. Nein, kann man leider nicht so, kommt nicht so richtig raus. Aber ja, das 160 Gramm Papier hat hier Schwerstarbeit zu leisten, um das hier, die Tinte in den Griff zu bekommen hier sozusagen. So gut ist der Tintenfluss. Dann versuchen wir mal verkehrt herumzuschreiben. Ja, geht auch. Ist auch nicht unangenehm. Würde sagen, das ist dann eher so die feine Feder. Aber er hält durch. Gibt es kein Problem. Sieht auch ganz gut aus. Gibt keine Abbrüche. Wunderbar. Dann gucken wir mal, ob wir auch ein bisschen Variation in die Feder hinein bekommen. Oder aus der Feder heraus bekommen. Ja, eher nicht. Also satter Tintenfluss kann ich euch hier nochmal zeigen. Schaut euch das mal an. Also da kommt richtig Tinte raus. Das ist wirklich Wahnsinn. Okay. So viel zum Schreibtest des Twisby Echo. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Twisby Echo in Transparent Purple? Also mir gefällt sehr gut die Verarbeitung. Der wirkt auf mich sehr wertig. Mir gefällt auch sehr gut, dass eine B-Feder möglich ist. Und dass man die auch vom Hersteller selber bekommt. Das ist bei chinesischen Herstellern nicht unbedingt immer zu erwarten. Das gefällt mir sehr gut. Dann habt ihr gesehen. Schreibgefühl fantastisch. Tintenfluss. Satt. Über die Maßen satt. Das 160 Gramm Papier musste richtig arbeiten, damit es dem Tintenfluss Herr wird. Also ganz hervorragend. Die Feder. Super gelungen. Ist mein erster Twisby, sagte ich ja. Muss ich sagen. Wunderbar. Also kann man nichts Negatives sagen. Und da bin ich eigentlich auch schon bei dem Punkt. Ich habe auch keine negativen Punkte jetzt hier im Schreibtest festgestellt. Ich habe mal im Internet, aber das ist vom Hörensagen. Und deswegen will ich es an der Stelle auch betonen. Immer mal wieder gelesen, dass es zu Rissen in der Kappe kommen kann bei Twisby. Kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen, aber ich habe es mehrfach gelesen. Hier, der ist perfekt. Der sieht auch gut aus. Auch mit diesem Band hier. Mit dem Abschluss. Das, denke ich mal, wird dem entgegengewirkt, dass die Kappe da einreißen kann. Aber da ich es so oft gelesen habe, will ich es euch zumindest sagen. Aber ich betone es hier nochmal. Es ist keine eigene Erfahrung. Ja. Ich freue mich, dass ich ihn hier habe vorstellen können. Nochmal schönen Dank an Andreas, dass du mir den zur Verfügung gestellt hast. Und von mir bekommt ihr eine Kaufempfehlung. Ich mag die breite Federn. Ich liebe breite Federn. Ein satter Tintenfluss. Er sieht genial aus. Also wirklich alles sehr, sehr schön gemacht. Auch mit dieser, wenn man dann die passende Tinte natürlich dann dazu auch mit reinpackt, dann sieht es natürlich nochmal umso besser aus. Also kann ich euch nur empfehlen. Klar, 37,50 ist jetzt kein Preis, wo es überhaupt keine Konkurrenz gibt. Klar. Aber die Feder und der Tintenfluss, der muss schon, da müssen die anderen schon ordentlich was leisten. Also da gibt es ganz andere Geschichten, wo dann auch eine breite Feder gar nicht mehr so breit wirkt. Also ich finde hier passt alles zusammen. Deswegen von meiner Seite aus Kaufempfehlungen für das Geld, was ihr auch an Zubehör mitbekommt. Ich zeige es euch hier nochmal. Also allein das ist schon, diese ganze Verpackung, diese ganze Aufmachung hier, das ist schon super. Und dafür muss ich sagen, ist der Preis dann auch aus meiner Sicht gerechtfertigt. Ja, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Whispy Echo gemacht? Schreibt es mir in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.